Hi Freunde, heute in der Folge geht es um Emotes in Minecraft. Auf der Bedrock Edition kann man sich ja, sag ich mal, Emotes kostenlos freischalten. Ein paar hat man ja automatisch und andere hin wieder muss man auch kaufen. Heute schauen wir uns mal an, welche Emotes man sich theoretisch noch kaufen könnte, die man mehrmals verwenden kann und nicht nur für eine Situation nutzen müsste. Selber habe ich mich davon eigentlich relativ viel ferngehalten und eher mehr die kostenlosen Emotes genutzt, da mein, ja, Minecraft sehr doll geleckt hat auf der alten Konsole. Aber nun ist das alles vorbei und ich kann da auch hier einmal ein bisschen nachrüsten. Und das wollen wir heute machen und ich werde mal ein bisschen einkaufen gehen und mir ein paar Emotes einfach mal, ja, einfach mal runterladen. Äh, warte mal, seht ihr das auch? Ich habe hier noch ein Emote noch gar nicht freigeschaltet, dafür fühlt mir noch ein Erfolg. Ähm, welchen brauche ich da eigentlich? Wer für 100 Meter weit eine Enderperle? Na warte, das kriegen wir hin, das mache ich mal kurz. Per Zufall ist hier noch ein Freund dabei, der mir mal kurz geholfen hat. Äh, wir haben so circa 15 Minuten gebraucht, um einen Enderman zu finden und nun habe ich eine Enderperle und werfe die einfach mal. Gar nicht mal so schwer, hier eine Enderperle zu werfen. So, 100 Meter haben wir geschafft. Vielen Dank, mein Freund, dass du mir hierbei mal kurz geholfen hast. Natürlich wollen wir diesen Emote noch einmal freischalten. Jawohl, und da haben wir ihn. So viel natürlich zu den kostenlosen, wie die man einfach freischalten kann. Da sind schon ein paar tolle dabei, wo man einfach sagen kann, okay, damit kann ich leben. Trotzdem möchten wir einmal schauen, welche man nehmen kann. Nicht jeder Emote ist wirklich, sag ich mal, ein, den ich empfehlen kann, wo du sagen kannst, okay, lad dir den runter. Da viele, sag ich mal, so ausgelegt sind, dass du die wirklich nur für eine Situation nutzen kannst. Daher gibt es hier meine Top-Kategorien. Zum Beispiel Kämpfe. Da finde ich diesen hier ganz gut von Batman. Oder gibt es auch Situationen, wo man einfach mal seinen Skin irgendwo hinsetzen möchte. Gibt es da vielleicht irgendwie so etwas, wie zum Beispiel diesen Meditations-Emote, wo man sich wirklich hinsetzt und auch eine lange Zeit diesen Skin in dieser Position hält. Ich möchte ja nicht nur etwas haben, wo er nur eine Sekunde oder ein paar, ja, vielleicht zwei, drei Sekunden einfach nur auf der Stelle sitzt. Nein, ich möchte ihn doch über einen längeren Zeitraum auf einer Stelle haben. Das macht sich vielleicht auch gut, wenn man mit Freunden irgendwo, sag ich mal, im Survival, im Creative rumchillt und man möchte einfach ein paar Emotes anwenden und sowas passt da ganz gut. Oder zum Beispiel, dass man einfach mal lachen möchte in Minecraft. So ein Ausdruck, den man auch für andere Situationen ab und zu nehmen kann. Da muss ja nicht nur lachen sein, das könnte ja auch weinen sein, dass man schlurzt oder schreit oder irgendwie sowas in der Form kann man ja nehmen. Und da finde ich das von Spongebob ganz gut. Passt da jedenfalls rein. Außerdem brauchen wir definitiv einen Emote, wo wir sprechen. Es gibt auch, sag ich mal, kostenlose, die in der Art so hingehen, aber dieser zum Beispiel, der passt wirklich ganz gut. Der ist zwar nur kurz, aber den könnte man halt immer wiederholen, wiederholen und dann sieht das halt wirklich so aus, als ob man irgendetwas gesprochen hat im Spiel. Was natürlich nicht fehlen darf, sind Tänze. Es gibt viele, viele, viele Tänze im Shop, die man sich natürlich aussuchen kann, aber dieser sticht heraus, den finde ich nicht schlecht, weil der auch ziemlich lange geht und viele verschiedene Posen annimmt. Also eine Top-Empfehlung, den sich natürlich in Minecraft freizuschalten. Und das Letzte, was ich euch empfehle, ist ein Emote, womit ihr vielleicht einen G-Stil anbietet. Es gibt leider noch keine Emotes, die so einen Fortbewegungsstil haben, dass ihr wirklich, sag ich mal so, ja, euch anders bewegt, so wie, ja, ja, halt diesen normalen Gang von Minecraft. Der ist halt, ja, okay. Aber es wäre cool, wenn man einen Emote hätte, der durchgehend so, sag ich mal, eine Bewegung ausführt. Hier finde ich den Anfang besonders gut. Der wäre natürlich nice, wenn man den durchgehend hätte, sag ich mal, wenn man mit meinem Skin, sag ich mal, irgendwie durch die Welt wandert. Das sind halt so ein paar Empfehlungen, die ich euch geben kann. Welche ihr euch natürlich dann selber freischaltet, darfst du natürlich jedes Mal halt selber entscheiden. Denn, ähm, nicht jeder ist umsonst. Von daher musst du euch wirklich mal, wirklich so festlegen, okay, den finde ich gut, den kann ich noch für andere Sachen nutzen. Und, äh, ja, brauche ich diesen Emote? Bringt er mir wirklich was? Oder ist das wirklich nur einen, den, ja, hole ich mir und verwende ihn vielleicht zwei, drei Mal? Ja, muss man nicht unbedingt dafür, sag ich mal, Geld ausgeben. Tja, und ansonsten, das sind Emotes. Kurz, ich habe jetzt ein bisschen eingekauft, ein bisschen was geholt für ein paar weitere Projekte. Wenn dir das Video natürlich wie immer gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, wenn du es noch nicht getan hast. Oder schau nach oben in der Infobox, da gibt es noch weitere tolle Videos. Ja, ich bedanke mich dann wie immer für's Zusehen. Ich wünsche natürlich noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, haut rein und ciao. Ich tanze noch eine kleine Runde und klicke noch auf das nächste Video, denn da gibt es noch coole Sachen, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt.